Die Tsushima Seeschlacht war eine der größten Seeschlachten der Weltgeschichte und die größte Schlacht zur See in der Geschichte Russlands. Eine Riesenflotte fuhr um die halbe Welt, nur um vor der Küste Japans vernichtet zu werden. Doch noch sehr viel interessanter als die Seeschlacht an sich, waren die Ereignisse die dazu geführt haben und das was rund um die Schlacht geschah. Dieser Krieg führte dazu, dass die darauffolgende russische Geschichte mit der Revolution, dem Zerfall des Russischen Reichs und der Bildung der Sowjetunion genau diesen Weg nahm. Dieser Krieg stellte alle Weichen für die nachfolgende Entwicklung Russlands bis zum heutigen Tag. Die Tsushima Schlacht fand statt vom 27. bis 28. Mai 1905. Im Rahmen des Krieges zwischen dem russischen und dem japanischen Imperium. In den Jahren 1904 bis 1905. Tsushima ist eine kleine Insel, die zwischen Japan und Südkorea liegt. Was haben denn die Russen dort verloren? Wollt ihr sicherlich fragen. Das werden wir heute ganz objektiv ohne patriotischen Sing-Sang oder Faktenverzerrung zugunsten einer der Seiten analysieren. Wie konnte es also zu so einem Krieg überhaupt kommen? Das Verhältnis von Japan und Russland war in den 1880er, 1890er Jahren größtenteils freundschaftlich. Die russischen Schiffe liefen sehr häufig in die japanischen Häfen ein. Viele russischen Seeleute waren lange Zeit in Japan stationiert und hatten japanische Frauen und Kinder mit ihnen. Politisch gab es für die beiden Länder überhaupt keine Widersätze, die nicht auf dem diplomatischen Wege lösbar wären. 1875 wurde zwischen Japan und Russland ein Vertrag unterschrieben, laut dem die Zugehörigkeit der Inselgruppe Kurillen an Japan und die der Insel Sachalin zu Russland festgelegt wurde. Russland Dem nach den Opiumkriegen geschwächten China wurde durch das Russische Reich im Jahre 1858 der Vertrag von Aigun aufgezwungen, infolgedessen ein großes Stück chinesischen Landes an Russland übergeben wurde. Dort wird der erste große russische Hafen im Pazifik gegründet, Wladivostok. 1891 begann Russland den Bau der Transsibirischen Eisenbahn. Da der Weg nach Wladivostok sehr umwegig ist, wie man feststellen kann, wenn man mal auf die Karte guckt, dachte sich jemand, dass es sehr genial wäre, einen Teil dieser Eisenbahnlinie auf dem chinesischen Gebiet zu verlegen. Das Gebiet dazu wird erstmal gepachtet. Die neue Eisenbahn sollte von Schleibinsk nach Wladivostok verlaufen und eine Gesamtlänge von 7000 Kilometer haben. Für den Bau und Betrieb der Eisenbahn werden Russen, Kosaken, Juden und andere Siedler, die in der Metropole nicht erwünscht waren, auf den gepachteten Gebieten wohnen. Es wurden für die neuen Siedler an den Eckpunkten der Eisenbahn schon mal Städte mit russischer Bevölkerung errichtet. Zum Beispiel die bekannte Stadt Harbin auf chinesischem Gebiet. Japan Für die Entwicklung ihrer Industrie brauchte Japan eine Ressourcenquelle, sprich Kolonien, die es ausbeuten könnte. Ausbeuten kann man am besten jemanden, der in der Nähe ist, so wie Korea. Korea war damals schwach, stand aber unter dem Schutz von China. Die Frage, wer Korea ausbeuten wird, sollte im japanisch-chinesischen Krieg 1894 geklärt werden. Japan gewann 1895 diesen Streit und fing auch sofort mit der Ausbeutung der neu erworbenen Kolonie an. China übergab an Japan alle Korea-Ansprüche, auch die Insel Taiwan und die Halbinsel Liaodon, samt dem Port Arthur. Durch die neu gewonnene Kontrolle über Korea kam Japan auch bis an die russische Grenze heran. Japan kontrollierte jetzt die Tsushima-Meerenge. Alle russischen Handelsschiffe mussten beim Südweg durch diese durchfahren, was Russland nicht unbedingt gefallen hat. Dazu zahlte China eine enorme Entschädigung an Japan von umgerechnet ca. 200 Millionen US-Dollar. Wenn man bedenkt, dass ein Panzerschiff damals ca. 10 Millionen kostete, bekommt man eine Vorstellung, was Japan damit anstellen konnte. Besonders, da Japan nach dem Sieg über China noch mehr in der Meinung bestärkt wurde, dass die Flotte entscheidend sein wird für die Siege zukünftigen Kriegen. China Da China pleite ist, führt es die Zahlungen an Japan nur sehr langsam durch. Durch die Niederlage gegen Japan geschwächt, wird es noch mehr ausgebeutet. Zum Beispiel Großbritannien besaß bereits den Hafen Hongkong in China seit vielen Jahren und kaufte sich jetzt noch den Hafen Weihai dazu, der es erlaubte, die Handelswege im gesamten Gelben Meer zu kontrollieren. Das Deutsche Reich verkündet von seinen Plänen, den einen oder anderen chinesischen Hafen übernehmen zu wollen. Sogar Italien und Österreich, Ungarn versuchen ein Stück vom chinesischen Lande abzubeißen. Auch USA versuchten China bevorzugte Zollbedingungen zu erreichen, jedoch im Gegensatz zu den anderen Ländern ohne Gebietsannexionen, sondern allein durch den Einfluss auf lokale Politiker, zum Beispiel über Schmiergelder. Die sogenannte Regel der offenen Türen wurde damals von allen anderen Ländern nur belächelt. Im April 1895 übten Russland, Deutschland und Frankreich gemeinsam Druck auf Japan aus, da sie befürchteten, dass der chinesische Kuchen nicht für alle ausreicht. Sie zwangen Japan, einen Teil der in China ehrlich eroberten Gebiete wieder aufzugeben, darunter die Halbinsel Liaodong. Da die weiße Rasse bekanntlich den Asiaten überlegen ist, pachtet Russland diese Halbinsel jetzt, samt dem Port Arthur. Diese Geste war für Japan wie ein Schlag ins Gesicht, da Japan die Gebiete in einem Krieg erkämpfte und den Blutzoll dafür zahlte. Doch Russland vertröstete Japan, indem es China einen Kredit gab für die Zahlung der Kriegsentschädigung an Japan. Wenn ihr jetzt also denkt, hä, kommt es mir so vor, oder hat Russland etwa Japan zu einem Krieg provoziert und dabei noch Geld gegeben, damit Japan sich auf den Krieg vorbereiten kann? Wenn ihr das denkt, dann denkt ihr richtig, denn genau so war es. Die außenpolitischen Entscheidungen des russischen Zaren waren nicht durch Genialität belastet, die innenpolitischen übrigens auch nicht. Wunderte es noch jemanden, dass dieser Zar es schaffte, während seiner Regierungszeit absolut alle Menschen des Landes gegen sich aufzubringen? Deutschland bekam übrigens von China den Hafen Tsingtau auf der Shandong-Halbinsel unter die Kontrolle. Schiffsbau und die Einflüsse Ich will euch nicht mit den Schiffsbauprogrammen der einzelnen Länder verwirren. Wichtig ist es nur zu wissen, dass es eine Rolle gespielt hat, wann der Bau welcher Schiffe angefangen wurde. Denn je später der Baubeginn, umso moderner war das Schiff in der Regel. Für die Politiker war es wichtig zu wissen, wann welches Schiff fertig wird und wo es stationiert wird. Denn dort wird es mehr politischen Druck ausüben können. Russische Schiffe, die im Baltikum gebaut wurden, mussten eine lange Reise hinlegen, wenn sie in den Pazifik kommen wollten. Auch die im Pazifik basierten Schiffe mussten ständig gewartet werden. Dazu braucht man einen Trocken-Dock. Doch im Osten Russlands gab es einen einzigen Trocken-Dock in der Stadt Wladivostok. Da dieser nicht ausreichte, wurden russische Schiffe in Japan in der Stadt Nagasaki gewartet. Doch etwas hat er schon geahnt, der russische Zar. Denn es wurde ein Programm zur Verstärkung der Flotte und zum Ausbau und Befestigung des Port Arthur durch eine Festung eingeleitet. Dass es zum Krieg kommen wird, war ihm also klar. Die Transsibirische Eisenbahn wird ebenfalls um einen Abzweig zum Port Arthur verlängert. Weiterhin wird der Bau neuer Panzerschiffe begonnen. Doch die russischen Werften sind bereits voll ausgelastet. Daher wird der Bau weiterer Schiffe im Ausland beauftragt. Die Panzerkreuzer Redwisan und Varyag werden in den USA bestellt. Die Panzerkreuzer Cesarewitsch und Bayan in Frankreich. Panzerdeckkreuzer Askolt, Bogatyr und Novik in Deutschland. Der Panzerkreuzer Bojarin in Dänemark. Wie gut die russische Schiffsbaukunst zur Zarenzeit war, kann man am Vergleich von zwei verschiedenen Kreuzen sehen. Kreuzer Aurora, projektiert und gebaut im russischen Imperium. Kreuzer Varyag, projektiert und gebaut in USA. Beides gleiches Projekt. Beide Schiffe von einem gleichen Entwurf. Aurora Gewässert 1900, Varyag Gewässert 1899, ein Jahr davor. Aurora Wasserverdrängung 6700 Tonnen, Varyag 6600 Tonnen. Aurora Hauptkaliber 8x 152 mm Kanonen, Varyag Hauptkaliber 12x 152 mm Kanonen. Aurora Höchstgeschwindigkeit 19 Knoten, Varyag 24 Knoten. Aurora Reichweite 3700 Meilen, Varyag Reichweite 6600 Meilen. Bei den Japanern war die Entwicklung zu der Zeit auch nicht besser. Sie ließen daher vier ihrer Schlachtkreuze in Großbritannien bauen. Einen in Deutschland und einen in Frankreich. Die Russen haben viele Schiffe auch selbst gebaut, doch wurde zu oft der Bau der teuren Panzerschiffe für Geldwäsche und Korruption missbraucht. Bei der Montage wurde dann das für untreute Geld wieder eingespart, durch die Verwendung billiger Komponenten und qualitativ schlechter Montage. Dies war auch auf die schlechte Ausbildung der Russen zurückzuführen. Die Mehrheit der Russen konnte derzeit nicht mal lesen. Ein weiteres Problem von Russland war, dass das Land zum Großteil noch im Feudalismus steckte mit unterentwickelter Industrie- und Bildungssystem. Zum Bauen und Bedienen komplexer Dampfmaschinen brauchte man hochqualifiziertes Personal. Doch in Russland steckten die meisten Männer in einer Zwangshypothek fest, die als Folge der 1861 abgeschafften Leibeigenschaft den Großteil des Volkes trotzdem in einer Art Sklaverei trieb. Es gab noch nicht einmal eine allgemeine Schulpflicht für die Kinder. Die Kinder mussten ja auf dem Land arbeiten und den Eltern helfen, die Zwangshypothek abzubezahlen. Siehe mein Video zur russischen Revolution. Der Boxeraufstand und der Holzabbau in Korea Bei der zuvor angesprochenen Ausbeutung der Chinesen dauerte es nicht lange und schon 1899 kam es zu einem neuen Aufstand in China. Eventuell habt ihr das in einem der chinesischen Kung-Fu-Filme gesehen, der sogenannte Boxeraufstand. Vereinte Kräfte der europäischen und japanischen Ausbeuter schlagen die Angriffe heldenhaft mit modernen Waffen zurück. Japanische Soldaten kämpfen zusammen mit Russen gegen die aufständischen Chinesen, die plötzlich und unerwartet das eigene Land unter die eigene Kontrolle zurückhaben wollen. Auch der Teil der transsibirischen Eisenbahn wird von den aufständischen Chinesen angegriffen. Es gibt mehrere tausend Tote unter den Bauarbeitern der Eisenbahn. Auch Chinesen, die für die Russen gearbeitet haben, sind betroffen. Als Reaktion darauf gibt es in den russischen Grenzstädten, z.B. Blagoveschensk, in denen viele Chinesen wohnen, Pogrome. Dabei werden auch wieder viele Chinesen getötet, in den Flüssen ertränkt, erschossen und abgestochen und das sogar mit der Unterstützung der lokalen Stadtverwaltung. Nach der Niederschlagung der Aufstände wurden China 1901 neue Pachtverträge und Reparationszahlungen aufgezwungen. Japan schlug Russland vor, auch Korea aufzuteilen. Japan brauchte koreanische Ressourcen für ihre Wirtschaft, vor allem Eisenerz. Dafür wurde Japan auf Ansprüche in der Manchurei komplett verzichten. Diese Variante wäre äußerst günstig für Japan und Russland und könnte alle zukünftigen Konflikte lösen. Aber die Russen sind ja Vertreter der weißen Rasse, die sich nichts von irgendwelchen Asiaten sagen lassen wollen. Es gibt keinen anderen Grund, warum Russland nicht auf diesen Vorschlag eingehen wollte, außer der Gier und Chauvinismus. Daher fing Russland ab 1903 mit dem Abholzen der Wälder in Korea an. Denn wie alle wissen, gibt es in Russland sehr, sehr wenig Wald. So wenig, dass es Holz von Korea holen muss. Tatsächlich hat sich eine Clique von einem gewissen Besobrasov im Umfeld des Zaren eingenistet und Aktien der Abholzunternehmen gekauft. Durch den Bau der Eisenbahn, dann die Zerstörung der Eisenbahn, bei dem Boxeraufstand und dem folgenden Neuaufbau war der Bedarf an Holz groß. Die Aktien stiegen wie verrückt und die Aktionäre verdienten natürlich viel Geld. Der Hauptaktionär dabei war der Zar selbst. Zur Verteidigung der Holzwirtschaft in Korea, wo 200 Holzfäller arbeiteten, führte Russland ganze 1500 Soldaten ein. Jedoch haben die Japaner diese Zahl auf 10 mal so hoch eingeschätzt. Der Vorwand war der Schutz vor neuen Aufständen. Der wahre Grund lag aber eher in der geplanten zukünftigen Übernahme dieser Gebiete, wie auch im Falle der chinesischen Gebiete, an denen die transsibirische Eisenbahn verlaufen ist. Ein Imperium versucht nämlich ständig zu wachsen. Für diese Zwecke fingen die Russen auch die Errichtung eines neuen Hafens an, im koreanischen Dorf Yongampo an. Das war der letzte Tropfen. Im Juli 1903 gab es die letzten Versuche der Verhandlungen der Japaner mit der russischen Regierung. Die Russen sahen jedoch absolut keine Bedrohung von Japan ausgehend und gingen keine Kompromisse ein. Die Japaner mussten gleich zuschlagen, da das russische Schiffsbauprogramm weiter voraus war als das japanische und Russland mit der Zeit mehr und mehr Panzerschiffe einführen würde. Ab Oktober 1903 liefen die Kriegsvorbereitungen in Japan auf Hochtouren. Japan kaufte alles an Waffen, was es kriegen konnte. Im Dezember 1903 kauft Japan zwei Panzerkreuzer von Italien. Diese Panzerkreuzer wollte Italien erst an Russland verkaufen, doch die Russen lehnten es ab. Angeblich passten die Schiffe nicht ins russische System der Bewaffnung. Jedenfalls wollten die Russen diese Schiffe nicht und Japan nahm sie zu einem wesentlich höheren Preis und, Achtung, teilweise sogar ohne Bewaffnung. Am 25. Januar 1904 überreichen Japaner ein Ultimatum an Russland. Die Russen sollen ihre Truppen aus Korea abziehen. Japan schätzte die Zahl der Russen auf 30.000 bis 40.000 ein. Tatsächlich waren es aber nur 3.000 bis 4.000. Hätte Russland dem einfach nur zugestimmt, gäbe es schon keinen Grund für den Krieg. Das Abziehen der Truppen an sich könnte ja länger dauern. Einfach nur zusagen wäre schon genug. Eine Kriegserklärung war nach dem damaligen Recht der Kriegsführung nicht unbedingt notwendig. Somit sind alle Behauptungen über einen hinterlistigen Angriff Japans gegenstandslos. Die notwendigen Schritte hat Japan eingehalten. Das war der erste Teil. Hoffentlich hat es euch gefallen. Vergesst nicht einen Daumen hoch und ein Abo dazulassen. Schreibt rein was ihr am nächsten Teil hören wollt. Und bis zum nächsten Teil. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.